In der letzten Episode. Nö, komm, iss den auch noch. Das ist ja furchtbar. Echt, war der Fisch so rau. Na gut, der war halt schon ein bisschen älter. Der war wahrscheinlich schon komplett ausgetrocknet. Das ist wahrscheinlich so ein norwegischer Trockenfisch. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Interloper-Modus in der Folge 82. Ja, und auch hier nochmal ein herzlich willkommen in 2019. Ja, wie die Zeit vergeht, alter Schwede. Für mich ist jetzt tatsächlich Weihnachten auch rum. Sowas gibt's. Und ja, ich hoffe, ihr hattet auch schöne Weihnachten. Das ist für euch ja inzwischen auch schon wieder ein alter Hut. Irgendwie so sieht's aus. Gut, okay. Wir rüsten uns jetzt mal ein bisschen für den Gang in das Rätselsee-Gebiet. Das heißt als erstes, wir brauchen das. Wir haben natürlich links unten unser Plus. Das ist auch wichtig. Und wir müssen uns, bevor wir losziehen, auch mal aufwärmen. Ähm, brauchen wir den dann noch? Wahrscheinlich ja. Weil wir haben ja dann nur den Bärenfellmantel. Ne, warte mal. Doch, den Mantel wollten wir uns machen. Genau, weil den Schlafsack... Juch, toll. 17% hat er schon. Oder noch, oder? Keine Ahnung. Boah, das matscht hier alles runter. Das ist unglaublich. Okay, wir trinken erst mal. Wir werden das natürlich auch noch tun, bevor wir losziehen. Die Kleidung lassen wir da. Den neu gebastelten Bogen... Ja... Welcher echt? Nehmen wir mit. So, was haben wir hier drin? Das ist ja auch mal ganz wichtig zu wissen. Tees. Gekochte Tees. Okay, wir machen das mal... Wir müssen das so machen, sonst funktioniert das nicht. Okay, ja, die Bücher von mir aus. Ist mir egal. Medikamente. Diese Lackpolling-Tees brauchen wir ja jetzt eigentlich nicht mehr. Wir haben sie ja auch zum großen Teil verwendet, um halt Kochen-Skill zu lernen. Und ich würde jetzt auch das da lassen. Das nehmen wir vielleicht mit. Und wir nehmen noch einen Verband mit. Und die beiden nehmen wir mit. Und die beiden nehmen wir mit. So. Ich denke, da müsste es eigentlich reichen. Gut, Kleidung ist da eh nicht drin. Futter weiß ich jetzt nicht, ob wir da irgendwas mitnehmen müssen. Naja, eine Dose. Warum nicht? So, wir haben eine Säge. Wir haben einen Hammer. Einen Pfeilschaft. Ja, von mir aus müssen wir das... Warte mal. Wir gucken mal. 50 Gramm wiegt ein Pfeilschaft. Und was wiegt denn ein Birkenschössling? 20 Gramm. Äh, 20 Gramm. 200 Gramm natürlich. Okay, dann nehmen wir natürlich mit. Dann ist der etwas leichter als ein Birkenschössling. Wiegt der drei? Das heißt, man verliert ein bisschen was. Wenigstens haben sie das mal so gerechnet. Die Federn. Ja, Federn finden wir... Haben wir nicht im Rätselseegebiet auch schon genügend Federn? Das haben sie übrigens immer noch nicht gefixt hier oben mit diesen Balken. Ich verstehe das nicht. Okay, wir haben 10 Stoff. Wir nehmen aber nochmal 10 mit. Okay. Gut, dann sind wir hier fertig. Dann heißt es, weiterer Wolf. So, wie sieht denn das kleidungstechnisch aus? Ja, müssen wir schlecht zwei mitnehmen. Das... Jo. Wieso? Das ist doch... Was? Ah, das geht nur so. Na gut, dann geht es halt nur so. So, dann haben wir ein paar Derme dabei. Zum Basteln. Die sind auch schon ganz, ganz wunderbar. Wie schon gesagt, Kleidung lassen wir da. Wie sieht es denn aus? Eigentlich mit Leder. Beziehungsweise brauchen wir Leder. Wenn nur hierfür. Aber das ist irgendwie... Ich denke mal, selbst wenn es auf 1% ist, hat es immer noch sein 5 Kilo Tragegewicht. Okay, ich werde ja auch wieder eine Auflistungsaktion machen, was wir alles halt brauchen und mitnehmen. Und keine Ahnung, was hier noch liegt. So, da haben wir anderthalben Liter Öl dabei. Das mit diesen Kisten. Ich weiß halt nicht, ob wir die nicht auch im Rätselseegebiet haben. Wir haben das halt auch nicht... Wir haben das, glaube ich, auch nicht aufgeschrieben. Nee. Okay, warte mal. Der Bär und die Wölfe. Es waren übrigens zwei Wölfe. Beziehungsweise, nein, es war zu trocknen. Die Hirsche. Und die Derme, das ist ja alles fertig. Dann lassen wir das mal so. Weil hier ist erstmal nichts. Das müssen wir dann sowieso separat wieder machen. Zwölf. Zwölf. Okay, dann ist es egal. Wir haben einen Topf, eine Dose. Das reicht. 91 Prozent. Dann nehmen wir die noch mit. Und das ist neu. Ich würde es gerne hier lassen. Ah, blau. Oh, wie schön blau. Warum? Warum ist das blau und braun da drüben? Wetzstein, Wetzstein. Sollen wir den mitnehmen? Wahrscheinlich haben wir den ja drüben. Wir werden Altmetall mitnehmen. Ein bisschen zumindest. So, das sind fünf Stück. Ist immerhin auch ein Kilo. Warte, wo standen wir? 40 Kilo. Okay. Wir brauchen natürlich hiervon. Das ist schon eine ganze Weile, meine Gute. Und Kohlen nehmen wir auch schon mal mit. Das waren zehn. Ach je. Wir haben so viele hier. Okay, Tanne, Tanne, Tanne. Sollen wir eine mitnehmen? Der Hammer ist nämlich nicht mehr wahnsinnig weit weg von der Reparaturaktion, sag ich mal. Ja, und dann würde ich sagen, ich notiere jetzt mal, was hier noch ist an interessanten Material. Ich werde jetzt nicht alles zählen. Also die Kohlen zum Beispiel, die werde ich nicht zählen. Die schreibe ich dann einfach nur rein und schätze, dass das vielleicht 30 sind oder so. Und ansonsten, ja, dann machen wir das wieder ganz kurz, wie damals im Schleicher. Okay, ich denke, wir haben es. Es ist jetzt nicht so extrem viel gewesen. Also ich meine, natürlich war es im Schleicher mehr. Tannenholz schreibt man noch dazu. Etliche Tannenholz. Ja, vor allem, wir haben Ölfläschchen dabei, die sägen. Der Hammer ist interessant, was wir in Wittstein-Nähsitz dabei haben. Finde ich wichtig, dass hier noch jede Menge Stoff und Leder ist. Ich habe jetzt noch eins mitgenommen. Dann halt noch die Birkenschösslinge zum Beispiel, das Altmetall, dass hier noch etliche Kohlen liegen und so weiter. Ich denke, das ist wichtig. Der Rest ist ja nicht ganz so wichtig und ich würde sagen, wir warten ganz kurz, bis wir warm sind. So, dann trinken. Ich nehme auch noch ein Wasser mit. So. Ja, jetzt geht die Sache los, weil wir zwei Bögen dabei haben, muss ich natürlich den entsprechenden auswählen. Auf geht's. Wird das jetzt neben? Toll. Ah, soviel zum Thema Auf geht's. Im Schleicher hat man einen Blizzard. Ja, man neben. Ja, es ist tatsächlich neben. Es ist dichter geworden. Jetzt ist die Hütte da hinten komplett verschwunden. Tja, es ist übrigens kalt. Wir haben schon wieder ein bisschen was verloren. Ja, unter zwei Stunden wird das sowieso nichts. Ja, dafür haben wir jetzt noch Lagerkoller-Risiko. Ah, okay, alles klar. Das passt ja. So, warte, 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 warte. Wir müssen da ein bisschen vorsorgen. Gut. Achso, ich wollte gerade sagen. Das ist nur noch ein halbes. Nee, das war noch im Schnee eingesunken. So, wir stehen bei... Entschuldigung. Wir stehen bei 47 Kilo. Ach, du Schande. Ein Hirsch. Okay. Wir müssen mal gerade gucken, was haben wir eigentlich am Futter dabei? Oh, da haben wir gelocht dabei. Das ist gar kein Problem. Wir müssen nämlich nur gucken, dass wir keinen Hunger leiden. War die Hütte nicht mal anders? Oder ist die wahrscheinlich anders in der Erinnerung? So. Dann heißt es jetzt nach... 49 Tagen. Exakt sieben Wochen verlassen wir wieder die Küstenstraße. Sie war sehr erfolgreich. Also wir haben hier... den Kochen-Skill auf Level 5 gehoben. Das ist schon ein Wort, sag ich mal. So, Müffellinie haben wir nicht. Okay. Also es ist schon ein Wort. Das auf 5 zu heben. Da können wir jetzt essen, was wir wollen. Das bedeutet wahrscheinlich auch für den Rätselsee. Ich nehme an, dass da auch einiges liegt. Da müssen wir halt gucken, wie wir da zur Rande kommen. Mit neuem Futter. Haben nicht sogar den Bogenskill hier auf Level 3 gehoben? Ich glaube auch. Mal abgesehen vom Kochen-Skill. Den haben wir ja sogar auf Level 4 gehoben. Ja, wir sind hier weiter als in lustiger Weise. Als im Schleicher-Modus. Ist kaum zu glauben. So Temperatur, ja, die geht gut runter, alter Schwede. Haben schon wieder fast die Hälfte verloren. Das Lagerkoller-Risiko steht bei 32%. Das kam relativ am Anfang von der zweistündigen Wartesession. Das heißt, ich gehe davon aus, dass dementsprechend gestiegen ist. Ich nehme aber an, dadurch, dass wir jetzt eine ganze Weile draußen aufhalten. Weil wir müssen ja ein ganzes Stück Strecke schrubben. Ich hoffe, wir kommen erst mal, zumindest mal bis zur Übergangsregion gut durch. Und, ähm, da kann man sich ja dann wieder in die Höhle zurückziehen. Zur Not ein Feuerchen machen. Und dann müssen wir mal gucken, was haben wir an einem Feuermaterial? Ja. Genügend Stöcke. Ich wollte die eigentlich ablegen. Hatte ich, glaube ich, in der letzten Episode gesagt. Jetzt nehmen wir sie mit. Ich sag mal so. Das ist nicht zu unserem Schaden. Ja, so, sehr schön. Sehr, sehr schön. Da sind wir doch ganz gut vorangekommen. Wir haben natürlich jetzt, ich hätte natürlich noch mehr Bergenschösslinge mitnehmen können. Aber ich sag mal wozu. Wir müssen mittelfristig sowieso in, nochmal ins Marschland gehen, um nochmal Pfeilspitzen zu machen. Deswegen habe ich jetzt nochmal einen ganzen Sprung Altmetall mitgenommen. Wir sollten wahrscheinlich auch gucken, dass wir im Damm uns noch einiges an Altmetall besorgen. Ich meine, theoretisch könnte man ja noch ein weiteres Set an Messer und Beil machen. Weil irgendwann sind auch die Wettsteine aus. Wir haben jetzt hier noch zwei und ich habe es jetzt auch hier gelassen, weil ich mir denke, wir haben wahrscheinlich im Rätselseegebiet auch genügend. Ich denke nicht, dass wir da keine hatten. Das würde mich schwer, also das würde mich sehr schwer wundern. Ja, das mit den Schatten haben wir es leider immer noch nicht hinbekommen. Das ist immer noch, sieht immer noch so aus, als hätten wir Sonnenschein. Du denkst halt, oh ja, ist Sonnenschein und dann, nee, ist doch nicht. Hm. Na ja, gut. Komm. 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 Ja, ich habe, ich habe zwischen, äh, also nicht zwischen den Jahren, sondern über Weihnachten mal überlegt, ähm, für die Nächsten. Ich meine, das Leben wird, ist ja endlich hier, auch wenn wir sehr, sehr weit gekommen sind, äh, ist es dennoch irgendwann endlich. Irgendwann ist es vorbei. Bisher noch, hier sieht es noch nicht danach aus und es gibt ja auch Leute, die schaffen da wirklich etliche hundert Tage in diesem Modus. Ich geschätze mich da nicht dazu, wenn wir hundert Tage schaffen, dann bin ich erstmal sehr, sehr froh, würde aber nicht dann mir anmaßen zu sagen, naja, die nächste hundert schaffen wir auf jeden Fall. Ja, sei es wie es sei, ich würde mir auf jeden Fall mal, ähm, von den Regionen, habe ich mir überlegt, so ausdruckbare Karten zu machen. Ja, ich, wie es wohl kommt, hm, ich bin mir nicht sicher, wie es kommt. Und, ähm, da halt entsprechend, also nur für diese wichtigen Symbole, ähm, gerade jetzt, sag ich mal, im Interloper-Modus, im Schleicher natürlich eigentlich auch, ist es ja auch irgendeine gewisse Art und Weise relevant. Ähm, da müssen wir da oben lang, wahrscheinlich ja, ähm, wo halt die ganzen Schösslinge zum Beispiel sind und wo Leichen liegen und solche Sachen, dass man die abstreicht auf der Karte und halt sieht dann, weil diese Kartenzeichenerei ist ja hier nicht ganz so, äh, prickelnd, wie es wohl kommt. Äh, ja, die absolute Kälte, ich meine, jetzt selbst, jetzt haben wir minus 14, na gut, ich meine, die Sonne ist noch nicht aufgegangen und für Mittag ist das eigentlich auch gar nicht so schlecht, gefühlt. Und trotzdem haben wir gleich eine Unterkühlung, das Risiko. Ich bin ja froh, dass wir nicht sofort die Unterkühlung haben, wenn die Temperatur aufgebraucht ist. Oder eine Erkältung, ah, es fängt an zu schneien, das heißt, der Nebel lichtet sich. Und ein Hirsch da unten, gerast, direkt an dem eisigen Bach. Da ist er. Ah ja, da ist es. Äh, ja, es sinkt noch nicht und das ist natürlich jetzt auch das Problem mit dem 2X. Ich schätze, wenn wir, ähm, ich muss sagen, nach dem Update der Spiele-Engine, das Spiel hat nochmal einiges gewonnen. Und Schärfe. Und Klarheit. Und? Angezuppel. Da unten auf dem Eis. Ach Gott. Ja, wir müssen jetzt erstmal durch. Ich will jetzt auch nicht in der Kaninchenhainhütte rasten machen. Ich glaube, da haben wir auch nix. Doch, zwei Dämon und einen Hirsch. Naja, gut, ich lasse ihn jetzt dort. Weil, äh, ja. Wir sind schon schwer genug. Wir haben ja momentan im... Oh, die Farbe ändert sich. Wir haben ja momentan im... Schleichermodus. Ich sag mal, das Experiment gestartet mit, ähm... Also, du bist da echt völlig falsch. Echt ein Idiot. Ja. Ich versuche immer ja ein bisschen auf den Weg zu gehen, aber der Idiot rennt genau dahin, wo wir auch hinrennen. Ähm... Dann haben wir den Tiermänteln, weil es mich mal interessiert, wie schnell gehen die runter. Weil ich hatte so das Gefühl, dass diese Stoffkleidung sich dramatisch abnutzt. Natürlich ist es nun der Schleicher. Und der Schleicher hat, äh, ist natürlich nicht der Reisende und ist natürlich erst recht nicht der Pilger. Modus von der Härte her. Und da muss es sich natürlich dann ein bisschen mehr abnutzen. Und trotzdem finde ich den Verschleiß zu hoch. Tja. Ähm... Ja, was ich übrigens gerade sehe, ich dachte, ich hätte es eingestellt. Aber anscheinend funktioniert das nicht mehr mit der aktuellen Version. Ich hatte eigentlich die Mod installiert für... Die Ausatmerei. Aber sie ist immer noch da. Hm. Ich habe sie jetzt halt vorher nicht getestet. Ich bin direkt eingestiegen. Äh, weil, ähm... Ja, ich habe ein bisschen länger geschlafen und da muss man halt ein bisschen ranklotzen. Ja, war halt einfach so die Sache, dass, ähm... Äh... Vorgestern die Fahrt aus dem Saarland wieder nach Berlin. Geht ein ganzer Tag drauf. Du fährst halt los, da ist es quasi noch dunkel und kommst dann an, dann ist es schon wieder dunkel. Im Winter natürlich. Im Sommer nicht. Und, äh, gestern waren wir noch in, ähm... Wieder mal in einer Ausstellung gewesen und haben ein paar Einkäufe erledigt. Und da geht ja auch irgendwie geht ja der Tag einfach rum. Du kommst auch nach Hause und denkst so, ja... Schön. Lass uns Abendessen machen. Alter Schwede. Und dann war ich da doch ziemlich fertig. Hab dann ein bisschen mehr Schlaf gegönnt heute. Weil ich frefe. So. Aber worauf ich mich jetzt so richtig freue, ist einfach jetzt mal wieder zurückzukommen nach Hause. So mal, warte. Ne, wir haben unseren 40 Kilo Bonus, weil... Wir hatten ja irgendwie so einen bläulichen Balken gehabt. Also bei der Lebensanzeige da links unten. Der ist jetzt weg. Dann dachte ich halt, die 40 Kilo wären aufgebraucht, weil wir sind kalt geworden. Ja, die heute verlassenen Minen waren vor dem Zusammenbruch. So viel weiter... Weiter konnte ich nicht lesen. Ich hab keine Ahnung, was da stand. Irgendeine Historiengeschichte. Tja. Sieben Wochen ist es her, dass wir das letzte Mal hier lang gelaufen sind. Ja, ich hab jetzt gar nicht in diesem Modus geschaut, wie lange sieben Wochen... Also wie lange das jetzt in Folgen her ist, dass wir hierher unterwegs waren. Oh, der Wind geht so. Das ist nicht so ganz günstig. Ja, die muss ich... Wegen der Brücke. Ist ja wichtig. Wir müssen ja schon die entsprechende Untermalung haben. Er kommt auch natürlich von vorne. Wie ist das gehört? Für Wind. Die Spritzeffekt-Animation haben sie verbessert. Oh, sie haben sie wunderschön hinbekommen. Naja. Im Prinzip haben sie den Atemaus-Fact umgedreht und lassen ihn nach oben barren. Naja, gut. Ist das mega... Ich find's halt schade, dass sie hier die Prozente weg haben. Weil das ist tatsächlich sehr schwer zu sehen. Das hatte ich ja schon früher gehabt, dass ich mich da teilweise massiv verschätzt habe. Wahrscheinlich sind wir schon 85% runter. Ich würde sagen, wir haben noch nicht mal die 90% erreicht. Aber naja, gut. Und... Ja, dass die Prozente halt weg sind, hat halt auch in der Hinsicht einen Nachteil. Weil ich kann das jetzt mit den Schlafstunden auch gar nicht mehr abschätzen. Ich kann jetzt nicht sagen... Naja, wir brauchen da auf jeden Fall mindestens 5 Stunden Schlaf. Ja, das ist auch so ein Punkt, weswegen ich sage, ich lasse es halt an. So. Ja, was mir beim Schneiden übrigens auf hier ist, dass diese Geschichte extrem dunkel rausgekommen ist. Ich weiß es gar nicht, wieso. Ich muss da wahrscheinlich... Ich habe ja so ein Helligkeitskontrast-Dingens mal auf den Folgen drauf. Wegen der alten Engine. Das fand ich noch nicht so gut ausbalanciert. Beim Schnitt. Dann habe ich halt so einen Effekt... Dann lege ich halt immer einen Effekt drauf. Den habe ich mir vorkonfiguriert. Und, ähm... Dass Helligkeit und Kontrast nochmal nachjustiert wird. Und ich habe das in der letzten Folge auch gemacht. Einfach so. Ich habe mir das aber gar nicht richtig angeschaut. Das muss ich jetzt mal machen, dass ich das halt entsprechend korrekt korrigiere. Dass ich das sozusagen ein Neu... Das Setup dann neu justiere für diese Variante. Ich finde... Kontrastmäßig kann man nur noch was machen. Aber gut. In diesem übrigens grafisch nicht sehr aufwendigen Tunnel... Gehe die Grafik gerade nochmal so richtig schön hoch. Weil diese Texturen brauchen besonders viel Rechenkraft. So. Ja, ich... Wie, was haben wir für... Das sagt nur Tag. Eigentlich ist der Tag gut. Dann würde ich zumindest mal, dass wir uns aufwärmen. In der Höhle. Dass wir erstmal ein kleines Wärmedepot wieder haben. Alles mit dem Sat-Bohnen ist aber gar nicht so schlecht. Ich meine... Also wirklich viel spüren wir natürlich jetzt nicht. Es ist im Prinzip eigentlich nur... Was wir halt besonders spüren ist halt... Dass die Geschwindigkeit wahrscheinlich ein bisschen höher ist. Weil wir halt ja mehr tragen können. Und da theoretisch noch sprinten können. Dann sind wir ja dann nicht mehr so extrem weit weg zum... Gar nicht mehr gehen können. Bereich. Also ab 60 Kilo. Aber sonst spürt man da eigentlich ja nur was. Wenn du halt wirklich so ein... Sag ich mal normal unterwegs bist. Ja, das wird natürlich dann noch kritischer mit diesem Bär. Mit der Bärengeschichte. Mit dem Bärenfellmantel. Waren wir eigentlich schon hier unten? Ich glaube ja. Ich glaube, ich habe das relativ am Anfang vom Leben gemacht. Dass ich da runtergestiefelt bin in die Schlucht. Also wir sind ja eh schon... Die heißt ja eh die Schlucht, aber... Die Schlucht in der Schlucht sozusagen. Jetzt gehen wir ein bisschen Richtung Felsen. Was sagt die Temperatur jetzt? Minus 12 gefühlt im Windschatten. Ach, das war im Windschatten die Minus 14. Ja, okay, gut. Deswegen fühlte sich das so warm an. Beziehungsweise... Naja, das ist ja nicht so gesagt. Das war ja Nebel. Ja, jetzt wo ich bei meinem Schwiegervater war. Da haben wir natürlich dann auch mal Spaziergänge gemacht. Weil der wohnt ja schön auf dem Land. Und da ist auch ein Wäldchen daneben. Da machen wir dann immer so knapp eine Stunde so einen Rundgang. Und da war Hochnebel. Ich weiß nicht, warum es das Hochnebel nennt. Eigentlich ist es Tiefnebel. Also war halt die Wolkendecke so niedrig, dass man halt im Nebel quasi gelaufen ist. War jetzt nicht super dicht, aber... Ist so zwischen dem dichten Nebel und dem normalen Nebel, sag ich mal. So, mal gucken, ob das hier hinten reicht. Hier hinten gibt es auch Kohle. Ja, die Temperatur geht rauf. Sollen wir schlafen oder sollen wir nicht schlafen? Schlafen verbrennt halt weniger Energie. Hier, aber dann können wir nicht am Stück so gut schlafen. Und das ist mir ja eigentlich lieber. Dann warten wir kurz. Bis wir warm sind halt. Bei 16 Grad gefühlt geht das wahrscheinlich sogar relativ schnell. Ja, so eine Stunde hat es gedauert. So was sagt denn das Lagerkoller-Risiko? Es hat sich noch nicht ein Ding verändert. Das ist doch nicht schön. Komm, trink mal was. Ja, sehr verwirrend, dass das gegen den Uhrzeigersinn geht. Also ich verstehe das ja nicht, warum man das gegen den Uhrzeigersinn macht. Weil, ich weiß nicht, wird hier alles irgendwie im Uhrzeigersinn machen. Weil man das ja irgendwie so gewöhnt ist von der Uhr halt. Also das halt sozusagen, ähm, wenn man jetzt unsere Temperatur ansieht, die übrigens sehr schnell sinkt, ähm, dann müsste sie ja eigentlich, müssen wir jetzt auf 11 Uhr sein. Jetzt sind wir irgendwie komischerweise auf 1 Uhr. Also ich verstehe nicht, warum es das so rum war. Es ist sehr, sehr verwirrend, diese Richtung. Auch beim Trinken, das ist sehr, sehr irritierend, dass es gegen den Uhrzeigersinn geht. Boah, das wäre das aber nicht gut. Ach, du Schande. Ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal, wir könnten ja in der nächsten Höhle nochmal einen Zwischenstopp machen. Äh, das wird wahrscheinlich dann auch nochmal eine Stunde warten sein. Und dann, eventuell müssen wir dort übernachten. Gut. So, hervorragend. Ja, ja, ich gucke gar nicht erst. Ich gucke gar nicht erst. So, die Hirsch haben wir, glaube ich, alle schon auseinandergenommen. Ah ja. Ja, da geht die Temperatur schon wieder runter. Ja. Sehr interessant wird es übrigens für euch, wenn ihr das live guckt. Weil, äh, morgen nämlich der Story-Modus auf meinem Kanal endlich Einzug einhält. Boah, ja, zwei Wochen nachdem er rausgekommen ist. Das ist schon echt bitter. Äh. Ja, das kommt halt davon. Hm. Wenn es halt in so, in so extrem ungünstigen Zeitpunkt kommt, dass man da eigentlich nicht wirklich eine Chance hat, aufzunehmen. Ich meine, theoretisch hätte ich ja meinen Rechner mitnehmen können. Und da aufnehmen können. Streamen wahrscheinlich jetzt nicht. Ähm, ich werde das jetzt auch nicht streamen. Äh, weil mir da einfach die Zeit ein bisschen dazu fehlt. Ich meine, klar könnte ich es machen. Aber, ähm, mir wäre es halt lieber, erst mal zu sagen, wir machen das irgendwie, dass es überhaupt erst mal auf dem Kanal ist. Nicht, dass ich da warte, bis ich mal einen Streaming-Zeitpunkt habe. So, der Hirsch ist auch schon weg, natürlich. Was soll das sonst sein? Da hinten liegt er. Hvorragend. Habe ich den dort eingetragen? Oh, das weiß ich nicht. Ich habe jetzt auch keinen Bock, da hinzugehen. Den ist aber schön warm. Habe ich das eingetragen? Tatsächlich nicht. Krass. Ähm, wie gesagt, unser Gewicht. Okay, wir machen das jetzt so. Wir werden jetzt warten. Auf die nächste Folge. Und, ähm, also bis wir warm sind. Und, äh, dann gucken wir mal, wie sich das Wetter entwickelt. Weil das sieht schon ein bisschen so Richtung Blizzard aus. Ähm, es könnte sein, dass er bis dahin da ist. Dann müssen wir natürlich hier bleiben. Das ist ja klar. Und, ähm, dann würde ich das noch schnell... Dann werden wir es wahrscheinlich mitnehmen, weil wir ja ein bisschen essen und trinken müssen. Dann wäre mal leichter. Dann können wir das mitnehmen. Wenn nicht, wenn da ein bisschen kein Blizzard ist, äh, dann trage ich es nur ein. Und dann gehen wir halt so weiter. Dann muss man das irgendwann mal gesondert holen. Das ist ja kein Problem. Wir werden ja sicherlich auch nochmal an die Küstenstraße zurückkehren, solange wir, äh, leben. Ja, davon hängt es ja ab. Ah, sehr schön. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen guten Tag. Und wir sehen uns in der nächsten. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.